Liebe Family und der Prospekt der Woche. Heute magische Weihnachtszeit. Sarah, die Cappelletti-Pasta mit Ricotta-Trüffel-Füllung von Deluxe. Die mag Mama doch so gern. Ja, ich mag die auch. Ein Glück, dass wir die und viele weitere leckere Produkte von Deluxe sogar bis Weihnachten ergattern können. Papa, ist es noch lang bis Weihnachten? Noch über einen Monat. Aber bis dahin können wir uns von dem neuen Weihnachtsmagazin inspirieren lassen. Zu Deko-Tipps, Rezepten und... Sind da auch Backrezepte drin? Ja, und viele weitere Rezepte gibt es auch im Sally-Familien-Backbuch. Das gibt es mit der Lidl-Plus-App ab einem Einkaufswert von 30 Euro gratis an der Kasse. Die Lidl-Plus-App ist großartig. Papa, lecker. Schau mal diese Berliner von Unser Brot. Hm, die sind aus dem frischen Aufbackbereich bei Lidl. Und da ist für uns alle was dabei. Schau mal, am 11.11. ist ja auch Faschings statt. Da gehe ich mit dieser Flosse als Meerjungfrau. Das ist eine Kuscheldecke. Für die musst du nicht bis Fasching warten. Mit der kannst du jetzt schon auf die Couch. Und für Mama gibt es eine Wärmekuscheldecke von Silvercrest. Und wenn uns allen kalt ist, hat Lidl von Silvercrest auch einen elektrischen Kamin. Und online gibt es noch so viel mehr. Papa, auf der Couch ist ja dann noch Platz für diesen süßen Weihnachts-Plüschwaschbär. Der ist sogar das Preishighlight der Woche. Damit könnten wir dir und Tommy die Wartezeit versüßen. Ja, darüber würden wir uns beide freuen. Und was sind deine Lieblingsangebote der Woche? Entdecke sie jetzt selbst auf Lidl.de. Lidl lohnt sich. Lidl lohnt sich.